Markus kommt immer von hinten So, jetzt sind wir zu dritt da oben auf den Emporen Hi Leute, heute wieder General's and Heroes Ja, anhängig andersrum mit Sven und Markus Servus Servus, Leru Ja, jetzt dürft ihr was sagen Und ja, wir starten gleich und ich kann kein Fahrzeug spawnen Ich konnte ja auch keinen spawnen Markus braucht ja nicht fragen Nee, ich hab kein Fahrzeug Richtig Hast du nicht gekauft, zumindest Ihr zwei Wir fahren Fahrrad Ja, ich hab nichts Also du hättest, ich fähr dich nicht Ich fähr'n fett Alter, Futur Nein, das war ich nicht Er schießt ein Stand-Friendly-Fahrer Ich weiß es nicht Nee, niemals du Nein, das macht man nicht Das ist gemein und hinterhältig Kann es sein, dass sich die Lautstärke von alleine immer wieder hochstellt? Ja, habe ich auch das Gefühl Ziemlich laut Das ist echt so Das ist echt so, Alter Das kann ich wieder runtergestellt Wie in jeder Aufgabe Aber ich vermute mal, es liegt an dem... Äh, nein Oh, wir sind ja schon im Gebiet Oh, ich hab auch Fahrrad, Alter Ja, so kann man auch capturen Weiter geht's Warte 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 auf mir Äh, ich muss mich fit halten Ja, klassisch hoch auf der anderen Seite des scheiß Zaunes Oh, da drüben ist Fire Fire Pass auf, Foto, du hast ne Mauer Nein, da ist ein Panzer Oh, der kriegt Feuer Bleiben wir lieber weiter links Weil da rechts auf der Straße war irgendwie viel Schuss Aber das Gute ist, wir haben tiefe Nebel Das heißt, Flugzeuge können uns schon mal wenig Und Panzer auch Und es ist in Gegend seinem Haus Und ich hab welche gesehen, Markus Und da steht ein Panzer rechts neben dem Haus Oh, das hab ich geschossen Undん Oh oh Oh, oh Oh oh, oh 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 bist ja ich habe ein paar getroffen aber er trotzdem überlebt hast du diese gewehre macht man ein gewährte level weil ich wieder level 0 wird also hast du jetzt einen neuen charakter ja ich bin gewährt wird er noch die tüfe sich verschaut ist beides ein bisschen ausgewogen sind und darum muss ich jetzt erst so weiter gewährte level die stunden auswählen muss ja ich war bei A2 ich muss erst mal hinlaufen wacke ein guter Räupte nämlich mit ich bin er gespawnt seit ich bin er gespawnt ich war hier schon länger jetzt und das ist so langsam warum ist eigentlich nicht so neblig hier guter Panzergrift steht auf die Fresse der Panzer als 6 mit halb nicht mehr links ja laufen macht schlank ach du scheiße wie hier die Riesenbett das war lebt auch so ja also die bis jetzt nicht achte ich ja drüben mag es nicht links 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 ich hände schon okay der feind ist in die luft geflogen gut außen ist einer außen ist einer im haupten ich würde auch aus dem holzschuppen ja der ist in die luft geflogen gerade kleint leider ich bin ein point ich bin auch dabei ein gegner ist auch im point ja der ist bei mir hier oben der ist hinter mir hab ihn hab ihn hab ihn gut 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 ich bin fast tot gewesen der hat mich abgeballert ja der war oben der ist hoch ich bin grad kriegt die leiter hochgeklettert hat mich nicht gesehen auf klärer stufe 1 kaum 9 soldat krieg ich wieder bei der abzeichen hier also Panzer von vorne ich spalle ihn nein er hat mich jetzt gespottet mit am mg warum kann ich nicht bei dem ding sporen ich bin ich lebensmüde ich bin fast dort ich bin da ich bin da im sturm ich bin nicht gestorben ich bin ich jetzt in der spieler nach wie bei mir du wirst ja auch dabei was zu spiert echt so ja genau wie soll man mit mir aber ein panzer zieht der uns für noch Feuer nimmt da braucht man nichts riskieren der jahr schon halb geworden mit kräftigen einen punkt wieder ich wüsste wollen ich zurück man mag es ist von bau 2 und fahrrad so der panzer fahrer ist da und ich habe nicht nur als verrat ein fahrrad ich hätte den alter und der konzerfahrer schießt noch aber ich habe einen panzerfahrer getötet so geil das bricht das bockt sich jemal mit die fahrräder hier ja ich habe mich sogar auf eine karte guckt einfach bei der karte fahrer gegen die wand scheiße sind zweifel ich bin hier jungs jungs konzentration zwei panzer sind das ja der betracht der mädchen die hier tot für die kräfte und jetzt verliebte ich wieder die schulde die saison futteres kannst du die paar wieder mit demselben fahrrad los geht's ich bin ich stelle wieder ich bin ich bin ich bin ich bin du bist nicht bei dir die acht hälfte der größte was er die mauer darauf machst du hier ja ich habe ihn vor durchgefahren mit dir ich habe damit kommt ja das fahrt geschaut und schmeißt wurde scheiß jetzt ja das war der schmacht alter aber ja wenn du fünfer geht das scheiße was ihr kriegt zwar kaputt ja mehr fahrrad bekommen jetzt haben wir lieber von der straße runter geht dahinten 23 ist wenn du kannst gerne laufen ist so viel spaß das sind ja ich bin ja immer noch drei panzer 3 3 wir brauchen eine panzer v sein wird am besten ja unser team ist auch gut am pushen nur wir wissen auch mal pushen er hat nichts weil die panzer uns auch doch recht so markus kommen oder bei mir da ist ein gegner ich werde ich hier ohne hätte ich komme ich habe gemacht ich bin im haus drin er ist ein kommentiert er immer noch der kompletten jaja Maja ja 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 was geht gestecken wo im haus oft zu er ja macht mal langsam bei hat sich damit eine andere aber da können wir nicht mit dem das schießt ihn ja genau weil ich euch beobachtet habe hast du dich ich hab das video dann hast du dich das ist nicht getroffen ich hab ein fahrrad gefunden ich kann nicht abholen weil es grund war es aber weg 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 ich bin bei schnell deckung gefahren ich glaube hier drüben bin ich ein bisschen sicher wo ist am panzer bei 2 aber das ist wieder die kirche bei futur die kirche so weit leben wir sind jetzt bei dieser kirche und zwei dass die kirche steig ein ich bin drin wir sind in der kirche alter ja ich bin in der kirche irgendwie blockiert mich da was es wird ich nehme gerade ein aber irgendwo irgendwo hier ist das spaß ist noch da so ist vorhanden er wusste alter blickt einfach alles in die luft egal ist im scheiß kirchen ja ich suche ihn schon ich sehe ich konnte diese kleine kette flugzeug da hinten war der erst der wurde weg also ich bin jetzt auch im turm ich glaube jetzt auch in der kirche oben die obere etage rein ich bin auch in der kirche oder alles nicht geschoben vom team ja ich hab's gesehen der sich für unserem team also der ist doch der war von uns im team gewesen ja aber nicht nur so gut ja trotzdem zu uns team ist team und scott und scott diese logik er ist doch so wir haben nur zwei gleich ja echt nachdem wir das ganze gebäude umstellt haben erobern wir es ja markus und ich du nicht du bist einfach ich bin auch hier trennen ja jetzt kriegst du ja ich habe die deckung gegeben ja ich bin ja aber nicht mal jetzt wieder meine waffe mit alter und ich gehe jetzt mein fahrrad das war der gewährte der oberer etage und geboren schatz alter es hat den glück alter hat der haupt 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 betorten 5 ja ich habe kopf gesehen und dann auf einmal gewertet wird 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 das soll ich sind und das habe ich den kopf noch gesehen bevor ich gestorben hat man das hat mir für eine waffe garant scheiße ich bin zwei o1 leute ja wir sollten aber o2 verteidigen uns haben wir gleich keine o2 wäre ich komme da werde ich jetzt bin außerhalb der kirche gespawnt ich bin auch sauerweil weg gespawnt irgendwie ja das bin ich habe ich auch den antworten rückwärts oder weiter aber ich habe heute schlecht bist hast du jetzt schon naja ich habe keinen einzigen treffer gegeben ich kann bitte gewährleute du brauchst mehr du bist nicht der filigrane du bist eher der der einfach draufhalten haupt auch genug schuss im magazin ja lol aber dann treffe ich halt dann ist es auch keine kunst und ich tötete auch natürlich gibt mir nen mg treff ich auch mehr tötest du damit auch mehr das habe ich nicht gesagt ich treffe ich schon also gut haben wir jetzt o2 gesichert ja haben wir es auf die haupttür wieder er muss nicht gesichert okay haupttür sicherlich granate ich gehe rein leute er von der von der zerstörten wandte markus kommt immer von hinten so jetzt mal zu dritt da oben auf dem voren klasse und wir haben den feind durch panzer gesicht und dein handy bimmelt was hat das heißt was hat die gleiche klingelton wie sie ist leider schon nicht der gleiche ich habe andere er hätte so einen höheren ich baue capture weiter der haupt hier ist immer noch keiner ja der ist weg ich sage ich kann ich lieber den töten und das überlegt er deshalb gar nicht markus leckt auch nicht nur markus du hast er doch hat orange im ping jetzt ja eben also nicht gehabt ich habe euch im ping weiter bis was besonderes ihr wisst es schon wie das gestern geendet hatte da raus schlägt gerade du bist ja und du telefonierst ich auch irgendwie so ein bisschen panzer auf der hauptstraße ist und lkw lkw zwei panzer auf der hauptstraße man hier und schießt auf die scheiß lkw da kannst du die leute doch ausschießen egal die hier oben wo ich bin hast richtig geile übersicht über die stadt wenn sie nicht so neblig wäre es besser ich fall jedes mal dadurch hast du durchfall jedes mal geht es nicht oder wir lachen da war echt flach doch voll witzig so guck mal markus hier oben hinter dir bin auch über markus aber ich war wahrscheinlich gleich wieder runter und hier tot also vor der land einer da kommt einer rein haupt der hauptstraße ich stehe über der haupttür auf der bauer oben drauf das ist auch ziemlich geil weil hier oben sieht mich am nebel wahrscheinlich nicht mal jemand wo wirst du du war mein name sehe ich nicht ich bin oben bei der kirche oben aufs dach ich bin auf dem dach ich bin auf dem dach ich bin auch ein bisschen unter dir auf so dem turm seitensäge da ist einer auf dem balkon wo ist der wixer bei wo 1 bei wo 1 alter kommst mir dahin zu schauen wir mussten vor allem wenn ich jetzt hier runter gehe bin ich tot versuche ich die treppe zu nehmen also ich bin jetzt auf dem dach ich sehe dich einfach nicht ich bin unten der wasser ich muss jetzt zielen aber da steht ein panzer direkt vor der haust hier ist das schön oder ich bin schuld gut doch nicht also hier aber da steht auch verbindeter panzer hey markus haben wir pushen auch ja wartet doch mal jetzt bei uns am an so stark kurs team player hat ja noch nie gehört ja ja wir sind zu zweit das ist ein paar teams in drei das wedi ding das wedi ding ich will das wedi ding aus dem haus habe und im akkus die tür ist zu kommst du nicht durch so ich hab die eingang gefunden da hinten ist einer als es wie die text Oh, fuck, 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 Max, Sven, was soll ich nicht rauskommen, bleib drin, bleib drin, da ist einer an der Tür, äh, jo, jo, gegenüber ist auch einer, der hab ich getroffen, hab ihn getroffen, 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 nicht getötet, okay, gegenüber in der Doppeltür, oh man, der ist auch tot, warum sterben alle, hab schon wieder eingetroffen, wo, kann doch jetzt nicht sein, ich treff die ganze Zeit, wenn ich, aber ich töte keinen, ich bin jetzt zu hüben, nicht schießen, Ja, bin ich schon tot? Nein, ich glaube, ich bin schon tot, doch, jetzt bist du tot, Du hast gesehen, aber, jo, Gut, und gegenüber sind sie drin, ja, die treffen dich gerade, ich hab ihn getötet, ich hab ihn getötet, ja, und immer schön wieder leben, ja, wir müssen rüber, nix da rüber, da stirbt man, ja, eben, Ich geh rechts rum, das sind die einzige, dann bleib ich hier doch, Rechts ist sauber, jetzt hab ich mal wieder, ja, ist es keiner im Haus, ihr wisst schon, dass wir O2 verloren haben, ja, wir sind bei O1, also chill, komm hoch, komm hoch, ich bin unten und deck die Tür, Wenn wir schon zu dritt, gut, Go, Toil, ist es blöd, wenn wir uns gegenüberstellen, wenn ich jetzt das schieße dann fang, töd ich dich, Ja, aber wohl nicht, oh, oh, Hinter dir, hinter dir, Hast du ihn? Noch nicht, der ist noch so oder nicht, aber der andere, glaube ich, holt ihn jetzt, Ja, er hat ihn, nein, 10 schnauf geht auch die abgabe er hat sich aufwand das auch sehr schön der wacke hat der teilbaut Michael's Mensch oder der Sieder da und wir haben vor allem gekämpft naja klar so war doch jetzt habe ich auch Punkte gekriegt sie müssen aber zwei Leute sterben dass ihr mitmachen kann was war der Seite jetzt bin ich tot einmal schon neben mir einer mit der Pistole alles von A4 war einfach einer diese Hure zu holen ja ich habe es gerade gesehen ich habe dich schießen sehen ja wir haben jetzt O1 und Captured O2 ne die Captured O1 geil wir verlieren O1 wieder haben wir einen O2 gleich wieder Michael hast du Fahrrad? ja ne mir gewinn ja noch nicht nein 50% haben wir schon ja wir verlieren trotzdem O1 das ist egal wenn wir O2 haben langt 75% wir müssen es nur Captured wir müssen sie nicht halten wir müssen es nur gleich fertig haben gewonnen Sieg jo Bitsche hey was habe ich gesagt ja das ist ein schönes Statement zu der Runde da wirst du wieder was möchtest du sagen wir machen noch eine Runde aber ich verabschiede mich jetzt diesmal gleich weil nachher wieder meine Aufnahme beendet deswegen ciao servus ja 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 ja